Dr. Markus Krall hatte gestern seinen plötzlichen Austritt aus der Werteunion auf X bestätigt. Warum Markus Krall jetzt ausgestiegen ist und was für Gründe es für diesen Ausstieg gab, das schauen wir uns einmal an. Also unbedingt dranbleiben, los geht's. Das Zugpferd der Werteunion gab überraschend seinen Austritt bekannt. Zerbricht die Werteunion, bevor sie überhaupt angefangen hat? Wir schauen uns die sieben Punkte für seinen Rücktritt genauer an und kürzen es etwas herunter. Markus Krall schrieb auf X dazu wie folgt. Warum ich aus der Werteunion ausgetreten bin? Mit meiner Austrittserklärung aus der Werteunion habe ich mich eigentlich sehr kurz gehalten, weil ich nicht vor hatte, große Erklärungen über das Warum abzugeben. Dem aufmerksamen Beobachter erschließen sich die Gründe ja eigentlich ohnehin. Aber da andere Stellung genommen haben, mache ich es auch, damit keine Missverständnisse aufkommen. Was also hat mich zu diesem drastischen Schritt bewogen? Die Werteunion möchte eine Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-Nass-Partei sein. Das bedeutet, dass die Werteunion viele verschiedene Menschen ansprechen möchte, aber keine klaren Regeln oder Ziele hat. Markus Krall findet das nicht gut, weil er glaubt, dass eine Partei klare Prinzipien haben sollte, an die sich alle Mitglieder halten. Punkt 2. Parteigründung ohne Beteiligung der Basis. Als die Werteunion beschloss, eine neue Partei zu gründen, wurden die normalen Mitglieder hier nicht gefragt. Stattdessen wurden alte Politiker von anderen Parteien eingeladen, was Markus Krall hier ungerecht fand. Er glaubt, dass die Meinung der Mitglieder wichtig ist und berücksichtigt werden sollte. Punkt 3. Markus Kralls schlechte Behandlung im Vorstand. Markus Krall fühlte sich vom Vorstand der Werteunion hier nicht fair behandelt, besonders als er von ihnen distanziert wurde und nicht einmal zur Parteigründung der Werteunion eingeladen wurde. Das hat ihn verletzt und schwer enttäuscht. Punkt 4. Die Nicht-Einhaltung von Zusagen. Die Werteunion hat versprochen, dass Mitglieder schnell in die neue Partei eintreten können, aber dann haben sie ihre Meinung plötzlich geändert und eine lange Wartezeit von etwa 15 Monaten eingeführt. Das fand Markus Krall nicht fair und respektlos gegenüber den Mitgliedern. Punkt 5. Unzureichendes Wirtschaftsprogramm. Obwohl die Werteunion sagt, dass sie für Freiheit ist, passen ihre Pläne zur Wirtschaft nicht zu Markus Kralls Vorstellung von einer guten Wirtschaftspolitik. Er glaubt, dass die Werteunion sie stärker für marktwirtschaftliche Prinzipien einsetzen sollte. Punkt 6. Missverständnisse in der Kommunikation. Ein Interview von Hans-Georg Maaßen hatte zur Verwirrung geführt, weil er nicht klar gesagt hat, was er meint. Ausgerechnet die CDU wollte man hier als Premiumpartner anwärmen. Also die Partei, von der man sich eigentlich abgespalten hatte, weil sie zur Links-Grün konvertiert sind, die wolle man sich also jetzt ins Boot holen. Markus Krall war enttäuscht darüber, dass die Kommunikation nicht klar und verständlich ausgedrückt wurde. Und zu guter Letzt Punkt 7. Unangemessenes Verhalten von neuen Parteimitgliedern. Markus Krall hatte beobachtet, dass einige neue Mitglieder, die von anderen Parteien kamen, sich nicht anständig verhalten haben. Sie haben Intrigen gesponnen und Machtspiele gespielt, was Markus Krall hier respektlos fand. Anschließend kam er zu dem Fazit, aufgrund dieser Gründe hatte Markus Krall hier beschlossen, aus der Werteunion auszutreten und sich anderen politischen Aktivitäten zu widmen. Er hofft, dass es in Zukunft bessere Möglichkeiten für Veränderungen in diesem Land gibt. Ja, was sagst du denn zu diesen krassen Vorwürfen der Werteunion? Ist die Werteunion hier mehr sein als Schein? Kann die logische Konsequenz nur ein Austritt sein, wenn man zu Anfang etwas völlig anderes sagte? Schreibt es dir gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was ihr von dem Austritt von Dr. Markus Krall hier haltet. Schreibt es dir gerne rein. Ich lasse jeden Kommentar zu, egal ob ihr da Pro oder Contra seid. Bleibt bitte sachlich. Haltet euch an die YouTube-Richtlinien und beleidet hier niemanden. Wenn dir das Video gefallen, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Glocke aktivieren, dann verpasst du keine Nachrichten. Und wir sehen uns gleich im nächsten Video. Hallo.